Willkommen in der Spuckpension. Ist das... Ja, das bin ich. Die Große Esmeralda. Die Große wer? Die Große Esmeralda! Die berühmteste Wahrsagerin von Transsilvanien. Sie kann dir alles vorhersagen. Das stimmt. Ich habe eine Gabe. Wirklich, ich habe eine Gabe für euch, für eure Gastfreundschaft in meiner Tasche. Ich kann's nicht glauben. Die Große Esmeralda ist wirklich hier in unserer Spuckpension. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Wahrsager wären nur Betrüger. Betrüger? Papperlapapp. Wenn das, was ich vorhersage, nur Betrug wäre. Woher sollte ich denn dann bitte wissen, dass... Irgendjemand durch genau diese Tür kommt. Und zwar... Jetzt! Ich meine jetzt! Jetzt! Oh, bonjour! Schrecktastisch! Siehst du, Poppy, eine echte Wahrsagerin. Kann schon sein. Oh, ich muss gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Denn ich sage dir vorher, dass die Sonne bald untergehen wird. Dann ist es sehr dunkel. Stimmt. Bis dann, Vampirina. Tschüss! Jetzt sage ich vorher, dass der Toast hochspringen wird. Ähm, jetzt! Ich meine, jetzt! Na komm schon, spring! Komm, Toast, spring! 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 Oh la la! Jetzt nicht erwartet! Oh, bitte nochmal! Nochmal! Oh ja, deine Zukunft kann ich klar und deutlich sehen, Demi. Genau genommen bist du sehr leicht zu durchschauen. Was hat das zu bedeuten, oh Mann? Das bedeutet, du bist ein Geist. Ich wusste es, das habe ich schon immer gewusst. Gut. Schau Vampirina auf Disney Junior.